Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wo wir schon einmal bei den schönen Top-5-Serien sind, kommt jetzt mal direkt die Serie zu den ungesundesten Übungen im Gym. Es gibt bereits schon ein Video zu den gefährlichsten Übungen. Die gefährlichsten sind aber nicht direkt die ungesündesten. Wo ist hier der Unterschied? Eine Gefahr ist etwas, was akut geschieht. Das ist nicht etwas, was man über Jahre sich zuzieht. Man ist nicht jahrelang in Gefahr. Und deswegen geht es bei den gefährlichsten Übungen eher um Übungen, wo plötzlich etwas passieren kann und die ein hohes Potenzial bieten, dass man sich akut verletzt. Die ungesundesten Übungen sind Übungen, die auf die Gesundheit gehen. Das heißt, hier geht es eher um einen Langzeiteffekt, der sich einstellen kann. Und selbst wenn ihr sogar noch die ersten ein, zwei oder drei, vielleicht sogar fünf Jahre davon kommt, könntet ihr im sechsten, siebten oder zehnten Jahr plötzlich merken, oh, irgendetwas stimmt da nicht mehr. Mein Elbow, mein Handgelenk, meine Knie machen nicht mehr mit. Aber dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Dann ist es zu spät. Ihr könnt die letzten zehn Jahre nicht wieder gut machen. Rätselt vielleicht sogar, woran es liegt. Hat doch immer gut geklappt. Aber ganz plötzlich machen die Ellbogen nicht mehr mit. Warum? Weil sie über zehn Jahre geschunden wurden. Und es gibt ein paar Übungen, die genau das machen. Durchs Hintertürchen kommen. Und selbst wenn man akut keine Gefahr merkt, akut es nicht schmerzt, kann es passieren, dass ihr dadurch eurem Körper nichts Gutes antut. Ich mache wieder eine Top Five daraus, gehe von hinten nach vorne und werde mal direkt anfangen mit Platz fünf. Ich bin an der richtigen Stelle. Platz fünf ist das Aufwärtsruder. Man mag sich nun streiten, ob ungesund natürlich auch etwas ist, was viel an der Art des Trainings hängt. Auch da kann ich nur wieder auf die beiden Regeln verweisen. Es geht hier nicht darum, dass jemand zu viel Gewicht benutzt. Dann könnte alles ungesund auf Dauer sein. Obwohl dann eher gefährlich statt ungesund. Und es geht auch nicht darum, dass man eine Übung falsch macht. Denn wenn man sie falsch macht, dann ist auch fast jede Übung ungesund und gefährlich. Also insofern geht es darum, über Übungen, wie man sie tatsächlich täglich sieht, praktiziert werden. Und wo man nicht sagen kann, das ist definitiv falsch. Und das Aufwärtsrudern gehört dazu. Das heißt, die Leute, die sich entweder einen Langhantel oder auch eine SZ-Stange nehmen und damit relativ breit nach oben gehen. Manche machen es sogar immer noch eng und gehen hier nach oben. Was ist daran ungesund? Auch ich mag die Übung, wenn sie sehr kontrolliert ist. Mach sie aber nicht mehr als Masseübung vorweg. Wenn ich meine 10, 12 Wiederholungen mache, ist das zu viel Gewicht, das ich dabei benutzen muss. Und hier gibt es zwei Schwierigkeiten, auf die man sehr großen Fokus legen muss, wenn man sie vermeiden möchte. Die eine ist, dass die Schultern in eine Position geraten, die bei vielen dafür sorgen kann, dass sie sich wirklich irgendwann mit Dauer ein Impingement-Syndrom holen oder eben andere Schulterprobleme. Weil man eben auf recht unnatürliche Weise so vorgeht. Besonders, wenn man sie vorne hat und das Ganze vorderlastig wird. Die andere Schwachstelle ist das Handgelenk. Da man relativ viel Gewicht benutzt und ihr seht, wenn ich das so mache, knickt das Handgelenk ab. Das ist gar nicht gut fürs Handgelenk. Und das ist gerade die ungesunde Stelle. Es kann sein, dass das Fass stetig weiter volltropft. Und irgendwann nach fünf Jahren merkt man, dass die Handgelenke so ausgelutscht sind. Oder dass sie schmerzen. Oder dass man sie in bestimmter Weise nicht mehr bewegen kann. Weil ihr jahrelang das gemacht habt. Nicht besonders gut. Und deswegen aufwärtsrudern definitiv. Kommen wir zu Platz vier. Na ja, kann ich direkt hier bleiben. Platz vier. Langhantel-Bizeps-Kürz. Jetzt könnte man sagen, hey, Bizeps-Kürz gibt es ja in jeder Variante. Und die meisten machen es doch mit der SZ-Stange. Ja, aber es gibt immer noch die Übung Langhantel-Kürz. Und gerade in letzter Zeit habe ich viele Kommentare gesehen, wo mir Leute beschreiben, weil ich schon in anderen Videos gesagt habe, mach das nicht. Dass sie damit nie Schwierigkeiten hatten. Und genau darum geht es heute. Man hatte vielleicht nie Schwierigkeiten. Und ja, als junger Spund konnte ich das auch machen. Aber dennoch ist das hier eine teilweise so unnatürliche Bewegung für die teilweise extrem pronierten Hände, dass das irgendwann, vor allem wenn ihr das entsprechende Gewicht benutzt, 10, 12 Wiederholungen damit zu machen und das Gewicht dann steigert und steigert und das Jahr für Jahr macht, tatsächlich durch die Drehung ordentlich aufs Handgelenk geht. Denn ihr verdreht hier Elle und Speiche und Handgelenk komplett, das Gewichtgut darauf, ihr konzentriert euch nur auf den Oberarm, aber hier unten passiert es. Das kann passieren. Und ja, ihr habt einen vor euch, dem es passiert ist. Meine Handgelenke sind bei weitem nicht mehr das, was sie sein sollten, weil ich jahrelang genau diese beiden Übungen gemacht habe. Aufwärtsrudern und auch Langhanteln. Natürlich kann ich das jetzt nicht genau bestimmen. Ist es vielleicht doch nicht deswegen, ist es wegen was anderem. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt recht nahe. Denn genau bei den Übungen kommt jetzt der Alarm schon wesentlich früher. Nun ja, so oder so ist es sicherlich mal wert, das zu überdenken. Und warum das Ganze nicht mit einer besseren Handstellung? Zur Handstellung findet ihr noch ein tolles, interessantes Video mit einem Titel, wo die meisten nicht drauf kommen. Aber gut, irgendwo ist es in meiner Sammlung. Und jetzt gehen wir zu Platz 3. Jetzt ist er ja schon wieder hier. Wer das Video zu den gefährlichsten Übungen gesehen hat, nun ja, da war ich an der gleichen Stelle. Und natürlich, sie ist gefährlich, aber sie ist auch ungesund. Nichts anderes als Kniebeugen. Warum kann diese Übung auch sehr ungesund sein? Kann. Für viele von uns, und ich gehöre auch leider dazu, kann man nicht unbedingt sagen, wenn man dünn startet, statt mit viel Körpergewicht, wie sich etwas auf die Knie auswirkt. Gut. Knie sind etwas, was nun mal mit den ganzen Knorpeln, die da drum sind, die Sehnen, die es zusammenhalten, diese schöne Patellasehne, die die Kniescheibe richtig gut oben hält. Und auch die Kniescheibe selbst ist ein recht komplexes Gelenk, das eine ganze Menge abkönnen muss. Darüber folgt der größte und stärkste Muskel. Das heißt, alles, was auf den Muskel geht, geht dann auch automatisch auf dieses schöne Kniegelenk. Und warum haben so viele Sportler aus Basketball, Handball oder Volleyball Knieprobleme? Sicherlich nicht, weil sie euren Jugendlichen mit 16 sofort gemerkt haben, oh, mein Knie tut ja weh, wenn ich springe. Nein. Sie springen und springen und springen und landen und landen und landen. Das Landen ist es nämlich eher. Und 15 Jahre später, Knie kaputt. Dann spüren sie sie. Und zwar jeden Tag. Ist mir auch passiert, allen meinen Freunden, die Basketball spielen, auch passiert. Und daran sieht man das beste Beispiel, was ungesunde Übungen sind. Ist Springen jetzt gefährlich? Nein. Aber ungesund, wenn man es immer wieder macht, ohne dass man es merkt. Aber man kriegt so oder so immer seinen Denkzettel dabei. Kniebeugen gehören auch dazu. Ihr steigert das Gewicht, macht es jahrelang. Und dann merkt ihr irgendwann, meine Knie sind nicht mehr das, was sie früher waren. Haben aber andere Leute, die keine Kniebeugen gemacht haben, nicht Basketball, Volleyball oder Handball gespielt haben, nicht. Also scheint es auch irgendwo daran zu liegen. Man kann es sicherlich besser machen, schonender machen. Aber ja, Kniebeugen gehören dazu. Also selbst wenn ihr euch in den letzten drei Jahren wohlgefühlt habt bei Kniebeugen, eure Knie beim Kniebeugen, werden es euch sicherlich in Zukunft nicht unbedingt danken. Das für dicke Oberschenkel? Fraglich. Und spätestens an dieser Stelle bin ich mal gespannt, was ihr denkt, was Platz 1 sein wird. Jetzt sind wir schon mal bei Platz 2 und ihr seht es schon. Beim letzten Mal habe ich es an den Freien gezeigt, weil sie auch gefährlich ist, aber sie ist auch ungesund. Dips. Ich habe es beim letzten Mal schon erklärt, weil ihr genau in diese sehr unnatürliche Position geratet, wo der Oberarm weit hinter dem Oberkörper ist. Und wenn ihr den Ellbogen zurücknehmt, sogar noch mehr. Und die Schulter in eine enorme Drehung kommt und eine starke Belastung hier. Selbst ohne Gewicht spüre ich einfach, wie angespannt alles ist. Und wenn ihr dann auch noch den Fokus ein bisschen verliert und die Schulter nach oben rutscht, kann eine Menge passieren. Und selbst wenn es nicht plötzlich passiert, genau darum geht es hier, ihr macht sie jahrelang und habt dann irgendwann Schulterprobleme. Warum? Genau deswegen. Dips ist einer der Hauptverursacher davon und das kann dann wirklich böse enden, sodass ihr mit den Schultern in der zweiten Lebenshälfte nichts mehr anfangen könnt. Überdenkt es, nötig ist es nicht, weder für den Trizeps, noch für die Brust, noch für die Schultern. Jetzt kommen wir zu Platz 1. Was wird das wohl sein? Es ist eine meiner, zugegebenermaßen, absolut Lieblingsübungen für den Trizeps. Ich habe selbst es bitter lernen müssen, aber weiß es auch von vielen anderen Leuten, dass diese Übung enorm auf die Ellbogen geht. Und zwar so weit, dass sich viele richtigere Entzündungen holen oder sogar große, starke Ellbogenprobleme haben. Die können recht akut auftreten, aber auch immer häufiger auftreten, dann im Alter. Habt ihr erst einmal diese Übung gemacht, 10 bis 15 Jahre lang, French Press, dann wisst ihr zwar, wie effektiv die ist, weil ihr danach den Trizeps am nächsten Tag so richtig spürt, aber ihr werdet nach 10, 15 Jahren auch merken, dass ihr immer weniger machen könnt und immer schneller Ellbogen bekommt, die Probleme machen. Warum? Weil ihr einfach so viel Belastung schon vorher drauf hattet. Und damit träufelt es stetig rein. Weil die Oberarme so weit exponiert sind, hinter dem Kopf, oben drüber, passiert das, was ihr nicht wollt. Es geht enorm auf die Ellbogen. Das passiert auch bei anderen Übungen. Alles, wo ihr die Ellbogen nicht nah am Körper habt für den Trizeps, kann enorm Probleme geben für die Ellbogen. Müssen viele lernen, bitter lernen und damit ist es eine der zielgerichtetsten Übungen, wenn es darum geht, einfach ungesund etwas zu betreiben, was ihr später bereuen werdet. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt auf eure Top 5 der ungesundesten Übungen. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Ich weiß, dass sehr viele hier auf dem Kanal sind, die schon über 10 Jahre am Eisen sind und die auch jetzt schon mit 50, 60 noch trainieren. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was wirklich ungesund ist im Gegensatz zu gefährlichen Übungen? Wer noch mal das gefährliche Übungen-Video sehen möchte, das findet ihr da oben. Ansonsten schaut euch ganz gerne mal die anderen Videos hier auf dem Kanal an. Schaut bei Protein Arena vorbei und lasst mich natürlich wissen, ob euch das gefallen hat mit einem Daumen und abonniert den Kanal. Jetzt abonnieren und jetzt drücken, dann bringt es auch was. Nun ja, aber ansonsten direkt weitergehend zu den gefährlichsten Übungen hier. Das ist eine weitere Top 5, wo ich mal gespannt bin, was ihr dazu sagt. Also, wenn es schon nicht ungesund ist, dann ist es vielleicht gefährlich.